Hör rein! Hallo, sind wir hier richtig bei, wie heißt der Lader nochmal? E.J. Metal Rock E.J. Metal Rock Ja, das ist korrekt. Könnt einreden. Hätt er schon drin. Haben wir unseren RAM-Bot mitgebracht? Zum Türen öffnen? Ja, ne, stimmt. Ist auch schon ganz schmutzig geworden. So, heute brauchen wir kein Messer. Es gibt Reißverschlüsse. Das hat manchmal schon einen Vorteil, ne? Tja, also hier ist Ihr bestellter Queenscreen Herr Tramp. So heißen Sie doch, oder? Das ist korrekt. Sehr gut. Also, alternativ auch Whitescreen. Greencreen? Greencreen, okay. Oder Blackcreen. Black ist natürlich immer cool. Wobei ein Blackcreen kriegt man billiger. Er kriegt man umsonst. Was bevorzugen Sie? Green nehme ich mal an. Ich hätt gern Grün. 0-0, FF 0-0. Sehr gut. Sind Sie ein Greenpeace-Aktivist? Ne, aber grün kann man leicht ein Key drauflegen. Key? Mhm. Er nimmt dann Schlüssel und weckt ihn drauf. Richtig. Das geht schon mal mit den anderen Farben genauso gut, aber... Tja, wir haben hier ein Queenscreen, den wir jetzt hier einmal testen, wie der so im Aufbau ist und auch später wieder einpacken. Ich glaub, das kannst du so einmal raus. What? So, weil das ist dann in der Tasche. Ah, okay. Gut zu wissen. So. Wow. Aber schön hier so ohne Schatten. Ja. Gefällt mir. Ziemlich komfortabel. Das ist eigentlich ganz gut eingepackt. Wir sehen hier... Mahlzeit. Wir sehen hier für jede Halterung ein extra Fach. Und so ist das dann eigentlich flott und ruckzuck aufgebaut. Das geht echt schnell. Und so wünsche ich mir das bei den Softboxen auch, aber so ist es nicht. Ja gut. Man kann nicht alles haben. Das Problem ergibt sich bei mir dann nicht, weil bei mir bleibt es ja statisch stehen. Ja, Brustmahlzeit. Ich hab ja ein bisschen Platz. Du nimmst dir den Platz dafür. Ja, genau. Wobei ihr vielleicht mal ein Stativ mit Kamera, äh Handyhalter braucht. Handy haben wir ja. Das können wir auch noch filmen, wenn wir das aufbauen. Hoppala. Hoppa. Hoppala. Marshala. Was heißt das denn schon wieder? Keine Ahnung. Ich krieg's mir noch nicht rein. Okay, ja. So. Wenn du so die Stange fokussiert und du so unschaffst. So. Jetzt. Aber ich glaub du musst deinen Schrank wieder ein bisschen nach vorne ziehen. Oder? Haben wir das jetzt mal auf die Höhe gemacht? Ja, das ist Hammer. Aber ich weiß nicht so ganz, ob das wirklich von... Wie viele Tonnen wiegt man das Schrank? Ich schlag heute auch noch deine Decke ein. Aber bei der Decke, ich hoffe man sieht's, ist sowieso schon alles verloren. Ja, ja. Sind wir nicht schon dran. Also nur so ein bisschen. Was war das denn jetzt? Oh, das ist ein Blatt. Deine Blume zerlegt sich. Ne, ihr müsst erst noch eigentlich den Screen reinschieben. Ja. Tatsächlich. Ja. Ja. Ihr könnt auch die Stange hin machen. Kein Problem. Ich habe gedacht, du machst ein Striptease. So. Schnell aufgebaut haben, bis das das Handy abkühlen muss. Dann sind wir Profis. So. So. Das ist oben noch ein Loch und dann schreibst du jetzt die Kappe oben drauf. Ich hab ne Kappe. Also. Den hab ich. Äh. Du Schlafkappe du. Ja gut. Nein. 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 Werf's nicht. Doch. Du kannst das. Oh. Ah. 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 Hast du die Kappe 90%? Oh. Rollen und seine schöne nackte Frauen. Okay. Wir haben jetzt vielleicht schöne nackte Frauen. Ja. Okay, vorbei. Das liegt alles auseinander. Aber zensier dir Ja anschne ja mal den Kopf drauf. Du Schweinehund. Wollten wir dich nicht mal aus allen Audiospuren ausdenzieren? Achso, ja genau. Alper, die Stimme ist schon über 18. Die ist schon gefährlich, ne? So, will mir jemand verraten, wie tief, hoch, grund... Ein bisschen höher, bisschen höher, bisschen höher. Halt! Und Stopp! Halt, Stopp! Halt, kaputt! Halt, kaputt! Halt, small! Das könnte jetzt noch ein bisschen auseinander ziehen. Moment! Oben. Moment! Aber das sieht doch schon ziemlich gut aus. Hast du da auch noch so Klemmen zugekriegt? Soll ich mir doch noch Klemmen holen, oder? Wenn ich die aufschaffe? Ich glaube nämlich, die reißen es. Zumal wir den Schalk noch ein Stückchen vornehmen müssen. Also müssen wir doch. Du musst jetzt nach... Du musst weiter nach vorne, zu dir. Ja genau. Das hat sich irgendwo gelöst. Da war's. Problem gelöst. Das habe ich nicht gesagt. Okay, das war der Aufbau. Vielen Dank fürs Zusehen. Jo. Ach so. Ach ja. Ja, Armdrücker, Wettbewerb. So. Eins, zwei, drei. Ich hab keine Ahnung. Ich konnte das noch nie gut. Ich konnte das noch nie gut. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung.